Ja, wir von der SPD im Kreis Kleve verwenden YouTube hauptsächlich in Wahlkämpfen, um kurze Videos zu machen im Bundestagswahlkampf für unsere Kandidatin Barbara Hendricks oder in den Landtagswahlkämpfen haben wir es auch verwendet. Ich persönlich war allerdings noch nicht dabei, ich bin ja ganz frisch erst da und muss mich deswegen unbedingt in diese YouTube- und Podcast-Geschichte noch einfuchsen.